Nein! Ja! Nein! Ja! Es kann jeden Moment losgehen. Ihr und eure Tricks. Ich ertrag das nicht mehr. Ich werde euch eine Lektion erteilen. Ihr seid beide verhaftet. Das ist ungerecht. Denkt drüber nach, was ihr getan habt. Sollen wir uns erstmal umsehen? Das ist gemütlich hier. Ein Selfie mit einer feurigen Wand im Hintergrund. Das ist außergewöhnlich. Ich mache es mir gemütlich. Oh Mann! Dieser Ort ist fantastisch. Eisselfie, Eiszapfen an den Wänden und echter Frost. Dakota, hast du meine Bilder gesehen? Haben sie schon Selfies ausgetauscht? Fabelhaft! Ich mache auch ein Foto von dir. Und was sagst du? Geh einen Schritt nach links. Ich nehme eure Smartphones. Und ihr tauscht die Plätze. Ich finde es schön hier. Du und du. Bleibt in eurer eigenen Zelle. Ich werde hier erfrieren. Es ist so heiß. Seid still. Warum sind wir hier? Das ist ungerecht. Ungerecht? Ist es das? Schaut es euch selbst an. Du bist so witzig. Ich habe immer Spaß mit dir. Hat Dakota wieder etwas vor? Oh ja. Feuerüberfall. Nein. Schneelawine. Was ist denn hier los? Ich werde nicht zulassen, dass sie alles ruiniert. Ich werde es dir zeigen. Was war das? Ich gehe lieber. Und was sagst du dazu? Das war nur eine einmalige Sache. Nichts Besonderes. Eine einmalige Sache? Es geht nichts über eine entspannende Dusche. Ich muss nur das Wasser wärmer machen. Hat jemand wärmer gesagt? Es wirkt gleich heiß hier drin. So heiß. Was ist passiert? Lass mich in Ruhe. Ich helfe dir trotzdem. Kalt. Heißer Tee wird dich warm halten. Was sagst du jetzt? Das hat Spaß gemacht. Das war nur ein Unfall. Und was ist damit? Home sweet home. Was ist denn hier los? Fang nicht damit an. Ich habe es kapiert. Ihr bleibt hier drin. Es ist so heiß hier drin. Ich schmelze. Ich fühle mich nicht gut. Steffne? Warum bist du geschmolzen? Wir müssen so schnell wie möglich das ganze Wasser auffangen. Ihre Klamotten kommen in den Eimer. Und ab in den Kühlschrank damit. Ich hoffe, es klappt. Das wird schon. Fünf Minuten später. Es reicht. Ich mache die Tür auf. Ihr seid es. Es ist schön hier. Geht zurück in die Zelle. Sofort. Aber es ist so heiß hier drin. Egal. Hier ist Eis. Essenszeit. Die Kette ist nicht zum Aushalten. Ich muss trainieren. Meine Handflächen sind blau. Ich friere. Was ist das denn? Ich hatte einen Eistopfen in meiner Nase. Na warte. Wer fehlt? Nimm das. Wer fehlt? Das tut weh. Ich trage Kleber auf. Ich streue Glitzer darüber. Fahre mir gerade zu einer Flamme. Und wirkte Lichter darum. Und schon habe ich eine richtige Lampe. Was gibt es Neues? Ich rauche. Meine Haare. Ich mache es aus. Mein schönes Haar. Sie ist so traurig, dass sie gar nichts mitbekommt. Das ist meine Chance zu fliehen. Ich muss leise sein. Halt. Das ist alles deine Schuld. Willst du deine Haare noch kürzer haben? Ich habe einen Feuerlöscher. Gib auf. Gut. Ich gehe zurück. Ich brauche passende Fesseln für sie. Die hier sind zu klein. Ich brauche eine große Kette. Ich verbinde die Kette mit dem Feuerlöscher. Und befestige die Fesseln. Es kommt als nächstes. Damit kommst du nicht mehr davon. Das darf nicht wahr sein. Aber immerhin passt die Farbe zu mir. Diese Fesseln sind ein schönes Accessoire. Gibt es auch welche für mich? Nein. Das ist ungerecht. Ich habe eine Idee. Ich kann meine eigenen Fesseln machen. Mit Eis. Alles, was ich tun muss, ist sie am Bein zu befestigen. Das ist unglaublich. Ich bearbeite es noch ein bisschen hier und da. Und ich werde den Brief abschicken. Aber wie? Durch die Kanalisation. Senden. Daphne, da ist dein Brief für dich. Mal sehen. Ah, Klo-Post. Hast du keine Ideen mehr, oder was? Mal sehen. Nicht so laut. Senden. Ich schaue es mir an. Oh, mein Bauch tut weh. Sie ist drauf reingefallen. Ich schnappe mir den Brief. Wo ist der denn? Ha, erwischt. Wie gemein von dir, die Post anderer Leute zu lesen. Was? Das ist nicht lustig. In den Mülleimer damit. Nicht getroffen? Schon wieder verfehlt? Es bringt nichts. Ein hochgefährlicher Verbrecher wird gesucht. Ist das dein Ernst? Sie wird mich auf keinen Fall erwischen. Da ist der Typ. April ist blind. Wie immer. Der Verbrecher ist hier. Feuer. Nein. Schnapp ihn dir. Eine Maske. Tolle Idee. Halt. Ich helfe dir. Er wird nicht weit kommen. Hey. Warum? Ups. Eine leckere Pizza. Und sie ist noch heiß. Oh, die riecht so gut. Lecker. Krieg ich auch ein Stück ab? Ein Stück Pizza? Ja. Ja. Dieses hier. Ich hab auch Hunger. Ups. Es ist keine Pizza mehr da. Ich hab Hunger. Na gut. Na gut. Na gut. Hier. Ah, eklig. Das ist für dich. Oh, danke. Warum hat sie Schokolade bekommen. Sieht lecker aus. Aber ich hab eine bessere Idee. Ich brauch Feuer. Ich hab die Schokolade schmelzen. Ich hab die Schokolade. 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 Ach, du mal wieder. Na los. Komm schon. Ich hab dich erkannt. Du bist es. Stimmt? Stimmt. Und? Was jetzt? April braucht Hilfe. Eine heiße Nerf Gun. Stimmt. Bin gleich wieder da. Na, warte! Kühl dich ab! Du bist erledigt! Danke für eure Hilfe, Mädels! Gib mir die Waffen! Ich hab euch lieb! Oh, ich bin spät dran! Alles Gute zum Geburtstag! Ist das für mich? Wie nett von dir! Ich werde mir etwas wünschen! Nicht so schnell! Was? Ich versuche es nochmal! Es hat wieder nicht geklappt! Die Kerzen gehen nicht aus! Warum? Keine Ahnung! Mein Wunsch geht nicht in Erfüllung! Hey, es reicht! Ich bin ganz nass! Ja, ich hab die Kerzen ausgeblasen! Glückwunsch! Da ist er! Hi! Hey, Colin! Er hat mich bemerkt! Weg da! Colin! Hi! Und was ist mit mir? Lange nicht mehr gesehen! Oh, sorry! Colin! Ich rette dich! Jetzt bin ich ganz nass! Ich helfe dir! Schnell weg hier! Es ist deine Schuld, dass er weggelaufen ist! Wow! So viele stylische Sachen! Ich bin zurück! Ich kaufe es! Es gehört mir! Ach ja? Nimm das! Das Kleid gehört mir! Das denkst doch nur du! Mein Schatz! Ups! Das war ein Versehen! Du kannst das Kleid behalten! Wenn du es ruiniert hast, musst du es kaufen! Reicht das? Das reicht! Das war unser ganzes Geld! Es ist schon spät! Schlafenszeit! Endlich! Oh nein! Blöde Chips! Wo bewahren sie ihre Schätze auf? Aha! Ich habe den Safe gefunden! Er ist verschlossen! Ich werde versuchen, das Schloss zu knacken! Zu laut! Sie schlafen tief und fest! Ja! Er ist offen! Das ganze Gold gehört jetzt mir! Schnell weg hier! Nicht so schnell! Gib unser Gold zurück! Das war eine schlechte Idee! Du bist verhaftet! Officer! Endlich! Holen sie mich sofort hier raus! Lippenstift! Wimperntusche! Mehr Glitzer! Etwas Puder! Ich bin süß, oder? Nein, ich bin süß! Der Spiegel gehört mir! Nein, er gehört mir! Ihr Lieben, kommentiert unten, wer von uns beiden das beste Make-up hat! Ich! Ah, ein Schaumbad! Endlich! Oh, das Wasser ist viel zu warm! Ich mag's lieber kälter! Ein Eisbad ist perfekt! Wow! Pass auf, dass dir nicht zu kalt wird! Ah, es ist so heiß! Hier ist dein Handtuch! Das Bad gehört jetzt mir! So schön! Ich bin müde! Ich werde ein Nickerchen machen! Feuer schläft! Ein Glück! Ich werde ein Barbeque machen! Ups! Was brutzelt denn hier? Du hast es dir nur eingebildet! Schlaff weiter! Okay! Okay! Oh! Hä? Was? Würstchen? Roxy, was machst du da? Nichts! Nichts! Ich lese nur! Die Prinzessin ist auf der Spitze des Turms geklettert! Und dort hat sie... Na endlich! Da brennt etwas! Roxy! Das Frühstück ist fertig! Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Hast du Hunger? Äh... Äh... Lecker! Teezeit! Was ist denn jetzt los? Der Wasserkocher ist kaputt! Wie soll ich denn so Tee trinken? Dakota! Was ist denn? Ich kann jetzt nicht! Ich mach's kurz! Hier! Ein Teebeutel! Wasser! Und jetzt? Erhitze das Wasser in der Tasse! Gib mir eine Sekunde! Das Wasser kocht! Danke, Sis! Oh nein! Das ist mein Tee! Was? Wie gemein! Meine Lieblingssuppe! Ich hab Salz vergessen! Dakota! Die Suppe ist total lecker! Das ist meine Suppe! Mach dir selber eine! Die Suppe ist gefroren! Warst du das? Du treibst mich in den Wahnsinn! Ups! Sis! Von ihr ist nur noch eine Pfütze übrig! Was mach ich denn jetzt? Roxy! Ich werd dich retten! Es wird alles wieder gut! Ich verspreche's! Bitte komm zurück! Du bist wieder da! Und wenn der Boden schön heiß ist! Und wenn der Boden schön heiß ist... Rutsch! Ist das heiß! Schon besser! Puh! Kniebäumen! Kniebäumen! Nein! Hm! Okay! Hey! Was ist denn mit dir los? Runter! Hoch! Runter! Hoch! Es reicht! Ich hab Durst! Wo ist das Wasser? Echt jetzt? Hier ist es doch! Das tut gut! Sollen wir weitermachen? Ich bin raus! Mein leckerer Burger! Oh nein! Mein Kleid! Halt so wild! Oh! Da kommt kein Wasser raus! Und wie krieg ich jetzt den Fleck weg? Ich hab ne Idee! Rapsi! Hey! Warum machst du das? Und nochmal! Autsch! Hör auf rum zu albern! Und das letzte Mal! Hey! Lass das! Volltreffer! Danke! Und jetzt esse ich mein Burger! Ah! Verstehe! Echt jetzt? Meine Patentöchter streiten sich wieder! Ein neuer Tag! Ein neuer Streit! Ich muss ihnen helfen! Die Tiara gehört mir! Hey Mädels! Hey! Gib mir die Tiara! Ach ja? Ich werd meine Magie einsetzen müssen! Passt auf! Und los! Die gehört mir! Okay Mädels! Wir brauchen etwas Magie! Hä? Was ist das? Hm? Und warum geht das dir dämlich ab? Ich hab eine Challenge für euch! Es steht in diesen Schrifträumen! Lest sie genau durch! Eine Challenge? Wie aufregend! Was steht da? Wir müssen einen geheimen Raum bauen! Langweilig! Langweilig! Wir haben nur 24 Stunden Zeit? Einen geheimen Raum bauen! Einen kalten! Hm? Okay! Das Wichtigste kommt zum Schluss! In nur 24 Stunden! Mehr Zeit haben wir nicht! Die Zeit hat schon begonnen! Oh! Lass uns anfangen! Ich hab ne Idee! Ich werd versuchen meine Magie einzusetzen! Ich bin die Eiskönigin! Tada! Es hat geklappt! Es ist so schön! Hm! Feuerzauber! Lass mich nicht im Stich! Eins! Zwei! Robotertanz! Es hat nichts gebracht! Warum funktioniert meine Magie nicht? Wow! Ich hab es geschafft! Dein Zimmer ist so toll! In meinem Geheimnis mal wird es Lichter geben! Okay! Ich werd sie befestigen! Oh! Das sieht so süß aus! Ich bin fertig! Ist sie weg? Ich verziehe auch mein Zimmer! Der Möbeltacker gehört mir! Hey! Hab dich nicht so! Okay! Pass auf! Schneebarache! Hey! Hör auf damit! Mehr Schneebälle! Es reicht! Ich fang gerade erst an! Wow! Was soll's? Schneebälle sind eine super Dekoration! Ich kann eine viel bessere Verzierung machen! Mehr Stoff! Brennt! Das war's! Das sind meine unglaublichen Vorhänge! Gute Idee! Ich werd auch Magie benutzen, um mein Zimmer zu verziehen! Eine Lawine! Eine Lawine! Oh ja! Ich liebe Schneeflocken! Was hat sie vor? Gib mir ein H! Gib mir ein O! Gib mir ein T! Go Team! Sie ist verrückt geworden! Los geht's! Ha! Sehr gut! Ich werd Neonlichter haben! Wow! Wie gefällt dir das? Ich brauch eine unglaubliche Deko! Oh ja! Super! Liebes Tagebuch! Das ist so toll! Nicht gucken! Was? Der Boden ist Lava! Wie heiß! Du hast hier nichts zu suchen! Ich muss mich abkühlen! Puh! Sie ist so gemein! Ich brauch die Schriftrolle! Lieber Prinz! Ich baue einen Geheimraum! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Sorry! Ich kann nicht! Er hat zu viel zu tun! Prinzen sind nutzlos! Was soll's! Ich krieg das auch allein hin! Ich baue mir meine eigenen Eissäulen! Perfekt! Hier! Ich kann auch Säulen machen! Wow! Oh ja! Gehärtete Lava sieht unglaublich aus! Hat sie das Dach verziert? Und was mach ich? Warum hat Mary immer die frühesten Ideen? Hä? Wahnsinn! Ich hab das auch geschafft! Wow! Oh! Sie hat sich noch Wasser einfallen lassen! Eine Eislampe! Okay! Ich werd auch eine Lampe haben! Schade, dass meine Magie versagt! Das kommt vor! Ich helf dir! Ah! Danke! Okay! Du kannst gehen! Du bist ätzend! Hey Mädels! Wo sind eure Elementsymbole? Oh! Stimmt! Bin gleich wieder da! Eis! Und Feuer! Sehr gut! Ich schau mir eure Zimmer an! Warum fängt sie an? Warum mich? Oh! Du willst es ja nicht anders! Hey! Hört auf damit! Du fängst nicht an! Stopp! Eine neue Challenge! Hä? Was? Noch ein geheimer Raum? Ja! Beeilt euch lieber! Hoffentlich klappt es! Neidisch? Ich hab eine stabile Heizphase! Geniale Idee! Ich werd sie in meinen Bauplan einzeichnen! Zwei Holzpaletten! Geschafft! Und ich befestige es noch! Kung-Fu-Balken! Namaste! Ein rechter Winkel! Cool! Aber das Bett muss zur Decke werden! Warum so hart arbeiten, wenn man einen Bauplan zeichnen kann? Ich werd die Wände streichen! Streicht sie die Wand? Ich werd etwas Besseres machen! Ich werd eine Meeresdekoration erstellen! Ich mach einfach einen Stecknadelkreis! Und wickel ein Seil darum! Jetzt brauch ich eine runde Uhr! Ich hoffe, mich sieht keiner! Und ich befestige sie in der Mitte! Nicht übel! Der wichtigste Teil ist buntes Geschenkpapier! Ups! Ich muss mich noch passend anziehen! Mit einem Bautacker kann ich Geschenkpapier an der Wand befestigen! Okay! Jetzt werd ich die Rückwand meiner Festung verziehen! Ich brauch ein großes Blatt Pappe! Und ein Marker! Und ich erstell einen Korallenumriss! Macht nichts, wenn sie ungleichmäßig sind! So ist es natürlicher! Und jetzt male ich die Korallen an! Wow! Schöne Verzierung! Jetzt befestige ich sie an der Rückwand! Wie findest du meine Meereswelt? Hm? Ha! Mary! Ich hab auch Acrylfarbe! Und ich kann auch malen! Zuerst male ich weiße Wolken! Oh, wie flauschig! Und ich füge etwas Blau hinzu! Jetzt zeichne ich den Umriss nach! Und male einen Regenbogen! Bleib unter Wasser, Mary! Du kannst meinen Regenbogen nicht erreichen! Stimmt! Ich weiß! Ich brauch mehr Material! Nee! Lieber nicht! Oh! Wer sagt's denn? Alle Folie! Jetzt ist meine Wand mit Folie bedeckt! Und sie glitzert wie das Meer! Ich bin die beste Ozean-Dekorateurin! Hm? Und ich hab eine Kiste mit Party-Deko gefunden! Mal sehen, was ich verwenden kann! Oh ja! Ein bunter Lamitter-Vorhang! Und doppelseitiges Klebeband! Meine Wand sah noch nie so farbig! Hi Muschel! Dich brauch ich! Ich werde verschiedene Muscheln und Seesterne an der Wand befestigen! 3D-Dekorationen für den Meeresboden! Hm! Ich brauch diese Kiste! Sneakers! Sorry! Aber ich brauch diese Schachtel! Ich werde ein Regal entwerfen! Ich zeichne eine Wolke auf den Deckel! Und schneide sie aus! Dann besprühe ich die Kiste mit Pastelltönen! Hm! Und befestige die Schachtel an der Wand! Ich brauch eine Wolke, Fell und eine Lichterkette! Dann bedecke ich den Boden der Schachtel mit Kunstfell! Und packe alle Snacks hinein! Puh! Das ist echt anstrengend! Ach ja! Ich kann auch etwas Cooles machen! Ich brauch einen Mülleimer! Ein Pappbecher ist auch nicht schlecht! Hm! Ich werde den Mülleimer blau anmalen! Was soll ich dazu geben? Oh, ich weiß! Ich lege eine Glühbirne hinein! Und bedecke sie mit einem Holzbrett! Und fertig ist mein Designer-Couchtisch mit einer Lampe! Ich brauch diese Kissen! Hey, hast du alle Kissen genommen? Und was mach ich jetzt? Hm? Ich weiß! Die Kissen in meiner Unterwasserwelt sind weich und bequem! Hab ich recht, Hi? Claire hat die Füllung rausgenommen! Und jetzt sieht ihre Festung aus wie eine flauschige, leuchtende Wolke! Ich brauch eine Tischdecke! Nein, bitte! Lass diesen Zaubertrick! Sieh mal! Es hat geklappt! Okay! Ich kann auch einen Zaubertrick machen! Mit einem Vorhang! Es hat funktioniert! Ups! Die Stange ist wohl nicht glücklich über deinen Trick! Ich mach einen Eingangsvorhang für meine Festung! Jetzt ist es noch kuscheliger! Ich hab einen schönen Eingang aus Küchenvorhängen gemacht! Was? Wo ist der Spiegel? Und das ganze Make-up? Wer hat unsere Schminke geklaut? Oh! Claire hat das ganze Make-up mit in ihre Festung genommen! Was ist denn? Die Frühaufsteher bekommen das beste Make-up! Was soll's? Ich hab ein Smartphone als Spiegel ersatz! Was? Der Kühlschrank ist völlig leer! Wo ist das ganze Essen? Ich hab mir ein leckeres Sandwich gemacht! Ich muss es nur noch in die Mikrowelle legen! Was? Warum funktioniert sie nicht? Geh an! Oh! Wofür ist das? Meine Mikrowelle! Sie funktioniert! Du weißt doch, dass ich ein Technik-Genie bin! Mein Mittagessen ist fertig! Claire, ich werd es mit dir teilen, weil du mir geholfen hast! Lecker!